Mein Name ist Julia Brunhofer, ich bin bei der KTM AG als IT-Business-Consultant beschäftigt und habe in der FH Salzburg Betriebswirtschaft studiert. In meiner Position als IT-Business-Consultant bin ich dafür verantwortlich, die Fachbereiche zu beraten, wenn es um Prozessanalyse, Prozessoptimierung, Digitalisierung und die Einführung von neuen Tools geht. Neben der Vielseitigkeit, die dieser Job bietet, gefällt mir am meisten daran, dass ich eigentlich viele verschiedene Perspektiven kennenlerne und jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfrontiert werde, mit neuen Problemstellungen, wo es dann gilt, eine IT-technische Lösung dafür zu finden. Mein Studium an der FH Salzburg im Bereich der Betriebswirtschaft hat mir eigentlich einen generalistischen Handwerkskoffer an die Hand gegeben. Werkzeuge, die ich im Alltag einsetzen kann und Methoden, mit denen ich gut ausgestattet in die Abteilungen, in die Fachbereiche gehen kann, um dort dann direkt zu helfen. Für mich ist das Studium an der FH Salzburg die Möglichkeit gewesen, viele verschiedene Dinge auszuprobieren, die Facetten der Berufe kennenzulernen und gleichzeitig neben der universitären oder der Hochschulbildung auch Einblicke in die Praxis zu erhalten. Und genau deshalb würde ich das Studium an der FH Salzburg auch allen weiterempfehlen, weil es so oder so ähnlich wohl nirgends anders geht.